Hallo zusammen, ich bin Karima, ich zeige euch die Übungen Nummer 1, die 5 besten Übungen mit der Miniband für die Bauchbeinbote. Jetzt gehen wir. Höfterer Strecke, ich nehme mich gleich raus. Übungen Nummer 2. Seid aus. Spannung auf den Miniband. Füße bleiben am Boden. Sehr schön. Übungen Nummer 3. Kickback. Geht ein Knopfwettel. Wichtig, die Hüfte parallel zum Boden. Übungen Nummer 4. Summen Squats. Breiten Stand. Knüge raus. Draht an den Rücken. Die letzte und die beste Übung Nummer 5. Seitlich laufen. Kalt an den ersten. Abmitte für dich, Abmitte für dich. Sehr schön. Hallo zusammen, ich bin Nelly. Übungen Nummer 2. Willst du schön einen Bauch haben? Jetzt geht's los. Komm Frauen. Rotation. Zusammen. Checken und arbeiten. Komm, 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 komm. Eins. Gut. Also, Übung Nummer 2. Nicht vergessen, Kollegen mitzunehmen. Ja? Und los. Ein bisschen höher mit den Beinen. Das ist voll schön weg. Und... Übung Nummer 3. Komponi. Also, Bauchübung. Komm dazu, dass es nicht langweilig ist. Kniebeugen. What is that? Und schöne Beine. Also, Übung Nummer 4. Let's get's los. Ja, schöner Pass. Und gut. Übung Nummer 5. Jetzt ein bisschen kämpfen. Frauen. Was ein bisschen lustiger ist, kannst du lieber vor Schluss noch Kämpfübung machen. Hallo, ich bin Goni und zeige euch die Nummer 3. Die beste Therapie zu geben, liebe Frauen. Voilà. Alle haben wir. Alle. Perfekt. Nummer 2. Für die Bizeps, liebe Frauen. Und dann, liebe Frauen. Schöne gespannte Rumpf. Schöner, spannende Rumpf. Rumpf. Nummer 3. Einzige Klott. Dürf, aber... um sie. Perfekt. 1. Und schon Nummer 4. die T-Rix-Ubige. Karima. Carima. Super für den Rücken und die ganze Körperstabilität. Nummer 5. Liegestützposition und Otten. Bist du trainiert mit Nelly, mach es so. Variation auf den Unteren. Hallo zusammen, ich bin Karima. Übung Nummer 4. Witzige Übung ist das Zweite. Und los! Sehr schön, Conny. Los, 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 los. Zwei, eins. Nelly, mach den Bauch. Conny trainiert die Trizeps. Super. Ja. Übung Nummer 3. Liegestütz. Sehr schön. Umarmen. Übung Nummer 4. Let's go. Sehr schön. Gut, komm, komm, komm. Schau vorne. Eins. Wer von euch hat die bessere Palos? Ich! Go! Go, 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 go! Yes! Okay. Na go. 好, 끝. So. ثsan.